In über vier Wochen verwandelt sich das Heinrich-Pesch-Haus hier in ein Kinderferienprogramm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Und was mir persönlich dabei besonders wichtig ist, ist, dass die Kinder in altersgerechten und kleinen Gruppen einfach eine tolle, abwechslungsreiche und spannende Ferienwoche hier bei uns verbringen. Gemeinsam mit qualifizierten Betreuerinnen und Betreuern stehen dabei Themen wie Kreativität, Kunst, Experimente und Forschen im Vordergrund. Und was natürlich sehr wichtig ist, sind Ferien und deswegen darf das Spiel und der Spaß dabei nicht zu kurz kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017